Haben ja sehr sehr viele junge Zuschauer, Schüler und Studenten, die zu Hause bei den Eltern mit der Chipstüte auf der Couch sitzen und sagen Wozu arbeiten gehen? Es gibt ja die Harald-Schmidt-Show Man guckt sie an, erfährt was so im Leben los ist und man hat so viel geistige Nahrung, warum soll man raus in die Kälte Aber es gibt auch junge Menschen, die sich sozusagen vorbildlich verausgaben, die kreativ tätig werden, die uns Videos schicken Und zwei solcher junger Menschen und die große Aktion, die wir für sie gestartet haben, wollen wir Ihnen heute einmal sehr detailliert vorstellen Montag, 19.10.98, Temperaturen um 10 Grad, ein Zwischenhoch hält den Himmel vorübergehend auf, aber ab Mittag nähern sich wieder die verdammten Tiefausläufe Zur gleichen Zeit fährt ein Kleinbus durch Deutschland Harald-Schmidt und drei seiner willfährigsten Lakaien befinden sich auf einer Reise ins Ungewisse Ihre Mission führt sie in eines der gefährlichsten Krisengebiete der Welt, das Saarland Die vier Männer wissen nicht, was sie am Ziel erwartet Sie wissen nur eines Letzte Ausfahrt, Frau Lautern Bleibt die Frage, warum? Nun, vor rund einem halben Jahr schickten Dominik Hirtz und Sven Theobald, zwei blutjunge, blitzgescheite Saarländer der Harald-Schmidt-Show eine Videokassette Ja, aber es kommt noch besser Auf der Kassette war auch noch was drauf Doch, und zwar spielten da die beiden mit Freunden die komplette Harald-Schmidt-Show nach Buchstaben getreu, in exakt nachgebauter Deko, mit allem Zipp und Zapp Zu Recht, Harald und seinen Bütteln gefiel das so gut, dass man beschloss die Jungs zu besuchen, um die Aufführung live zu bewundern Und zwar daheim, in Frau Lautern bei Saarlouis 11 Uhr, die erste Rast Die Gruppe muss geschlossen groß Als Teammensch ist sich Harald-Schmidt nicht zu fein, währenddessen zu tanken Er macht das sehr gut Das Motto der Raststätte beeindruckt Schmidt tief Steht es doch für das Lebensgefühl einer ganzen Generation 11 Uhr 25 Schmidt betritt die Raststätte Mitarbeiter Rütten, der bei der Geburt zu wenig Luft gekriegt hat, freut sich wie ein Kind über eine dämliche Handpuppe Derweil sucht Schmidt nach einem guten Kulturführer für das Saarland Er findet auch einen, aber über Galerien und Museen steht kaum etwas darin Enttäuscht stellt Schmidt das teure Büchlein zurück 11 Uhr 28 Schmidt stellt der Gruppe die entscheidende Frage Wer möchte denn ein Würstchen? Ich hätte gerne ein Würstchen Wie sieht es mit euch aus? Würstchen hätte ich gerne Natürlich, alle wollen ein Würstchen Der Chef hat es ja Dazu lässt Schmidt noch Bohnenkaffee springen, der wohl nirgendwo appetitlicher aufgebrüht wird als hier Über die Qualität der Seitlinge ist sich die Gruppe schnell einig Besser kannst du sie nicht machen Nee, die sind halt, das ist alles frisch, was ist nicht abgestanden 12 Uhr 15 Jetzt muss auch Schmidts Körper dem unmenschlichen Druck Rechnung tragen 13 Uhr 30 Die Zeit drängt Vor der Raststätte trifft die Gruppe Schülerinnen der 10 Arten mit den Schildern herrschen Aus Neuss Aus Neuss Aus Neuss Schnell ein paar Orthogramme gegeben Ein paar Fotos gemacht Schon ist man sich handelseinig Die komplette Klasse wird auf dem Raststättenklo durchgenudelt Und beim Abschied wird dann klar Tschüss Das Team hinterlässt eine zufriedene Zielgruppe Alle sind sich einig Auf dem Rest der Fahrt zeigt sich Schmid immer wieder interessiert Am einfachen Menschen vom Land Entschuldigung Wie heißt denn Ihr Hund? Amor Wie? Amor Das ist aber ein schöner Name Was ist das denn für einer? Was ist das denn für ein Hund? Was ist das denn für ein Hund? Die vollen Retriebe Ah, schönen Tag noch Die vollen Retriebe Wiederschauen 14 Uhr 30 Endlich Frau Lautern Ankunft im Pfarrheim Das Josef-Gilles-Haus ist festlich geschmückt Und da stehen auch schon Sven und Dominik Die Macher der Frauen-Lauterner-Super-Show Hallo, ich bin der Sven Du bist der? Sven Sven, ihr habt ja draufgestellt Du bist der Dominik Ja, genau Richtig 14.45 Kurze Besichtigung der Showbühne Vom Original in Köln kaum zu unterscheiden 14.50 Noch über eine Stunde bis zur Show Zeit, Frau Lautern und seine Menschen ein wenig näher kennenzulernen Der erste Eindruck Alles sehr schön Freundliche Lederjacken-Liebhaber Freuen mich, Sie zu sehen Hallo, hallo Freundliche Manta-Fahrer Cool Freundliche junge Dinger mit Tagesfreizeit Scheißegal, kein Grund, nicht mit hochzugehen und sich dann in aller Ruhe auf der rosa Couch ein bisschen zu entspannen Komplimente abholen Ihr Humor gefällt uns sehr Wirklich? In den Ausschnitt lugen und weiter geht's Ciao Können Sie sich nicht erlauben Sex Spitzenorgasmus-Gags Da fällt dieser schöne Witz ein, mit dem ich damals beim WDR die Aufnahmeprüfung gestanden habe Sag mal, ja? Schreib deine Frau auch so, wenn sie kommt? Nö, wir haben eine Klingel Fantastische Gesangsnummer Und wir haben auf allen Grund dazu Denn hier ist Harald Harald, who the fuck is Harald Tolle Einspielfilme Geiler Talent-Sound Und mit Helmut Berger, einem Talkass der Sonderklasse Haken Sie Sex heute Nacht? Jetzt soll ich dir die blauen Flecken zeigen? So hart? So hart? Im Aufzug und so, du weißt Jetzt möchte ich mit einer Frau oder beim Unanieren gegen die Wand geschleudern Am Ende, tosender Applaus Schlüpfer werden auf die Bühne geworfen Und der Meister spricht warme Worte des Respekts und der Anerkennung So, habt ihr ganz toll gemacht Und wir können es, wir haben auch mal gesehen, wie es richtig funktioniert, wenn es richtig geht Ja, so war das Und nach zwei Kilo Koks fasst der Helmut Zerlet den Tag zusammen Danke, Sven Danke, Dominik Danke, Frau Lauter Ja, die Power Das war Schatz im Scharlang Mein erster So, ich bin ja Ich bin ja Ja, ä nie